Herzlich Willkommen beim Podcast «Mutig, lebendig, wahrhaftig, frei». Dieser Podcast richtet sich an mutige Frauen, die bereit sind, tief zu gehen, zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Hier geht es um persönliche Entwicklung, Spiritualität und bewusstes Leben. Mein Name ist Natascha Zeller und mich fasziniert das Leben, unsere Welt, die verschiedenen Kulturen und der Mensch allgemein. Und ich liebe leckeres, veganes Essen. In diesem Podcast werde ich mit dir teilen, was mich auf meinem Weg begleitet hat oder immer noch begleitet und was für mich Leichtigkeit, Heilung und mehr Bewusstsein brachte. Ich freue mich, dass du hier bist und wenn wir uns bei YouTube zu den Themen respektvoll austauschen. Mehr zu mir findest du unter nataschazeller.com Herzlich Willkommen zu diesem Neustart. Bisher habe ich in meinem Podcast «Inspirationstüte» ganz viele Themen um mein bewusstes Leben mit dir geteilt. Ich möchte jetzt in eine persönliche Richtung gehen, in eine Richtung der persönlichen Entwicklung. Auf diesem Weg möchte ich ganz authentisch auch an eigenen Beispielen meine Themen mit dir teilen. Denn ich finde, es ist immer einfacher, wenn wir etwas hören, was jemand erlebt hat, als einfach nur in Theorie, wie es sein könnte. Und wir haben auch alle sehr ähnliche Themen, doch leider sprechen wir viel zu wenig darüber. Wir schämen uns, wir denken, dass wir die Einzigen sind. Und das gibt uns oft ein Gefühl, dass wir falsch sind, wir fühlen uns dadurch auch einsam und alleine. Und wie oft oder wie immer, Reden hilft. Reden löst. Und ich bin der Meinung, dass es viel mehr hilft, wenn wir eine ehrliche Geschichte von einem anderen Menschen hören. Denn so können wir uns auch damit verbinden. Das gibt uns wie ein Zugehörigkeitsgefühl. Und es lässt uns nicht hilflos und schlecht fühlen, weil es bei anderen so klingt, als ob sie alles einfach so im Griff hätten. Und wir im Gegensatz genau wissen, shit, das kann ich nicht, das läuft bei mir nicht, da bin ich falsch, das mache ich nicht richtig. Und das sollte es doch gerade eben nicht sein. Niemand hat alles im Griff. Ich finde es so, so wichtig und ich merke das auch in der heutigen Zeit immer mehr, dass wir uns öffnen dürfen. Und ich habe es auch in meinem Leben gemerkt, sobald ich mich getraut habe, über meine Schwächen zu reden, mich zu öffnen, mich verlässlich zu zeigen, habe ich genau dasselbe von anderen Menschen erfahren. Und es fand ein wundervoller Austausch statt. Mein Leben ist heute wirklich davon geprägt, dass sich Menschen öffnen und zeigen und wir uns austauschen, wir uns gegenseitig inspirieren, unterstützen, helfen und weiterbringen und wir halt so gemeinsam wachsen können. Durch diesen Austausch durfte ich wirklich in den letzten Jahren so unglaublich viel lernen, heilen und vor allem auch mich akzeptieren. Für mich ist es der richtige Weg und es ist so, so kraftvoll und deshalb möchte ich das auch gerne mit dir teilen. Ich habe es erwähnt, dass es in meinem Podcast jetzt in eine ganz neue Richtung geht. Und damit du weisst, wer ich bin, wer ich wirklich bin, habe ich mir überlegt, dass ich die erste Folge zum Neustart eine ganz, ganz persönliche Folge werden lasse. Und zwar mit meiner persönlichen Reise durch die Dunkelheit, einer Talfahrt bis zu einem schwarzen Loch und dann hoch auf die andere Seite. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und ich freue mich natürlich sehr über Kommentare und einen Austausch bei YouTube. Wenn mich Menschen neu kennenlernen, höre ich sehr oft, dass ich ja nicht wissen kann, dass andere heilen können, weil ich ja so ein schönes und einfaches Leben habe. Und ich deshalb so gut drauf bin und immer lache oder meistens lache und happy bin und ja, einfach ein Leben in Leichtigkeit lebe. Und ja, manchmal korrigiere ich das Gegenüber dann und möchte dann schon gerne darauf hinweisen, dass ich sehr vieles gemacht habe und ich sehr viel an mir gearbeitet habe und sehr vieles auch geändert habe in meinem Leben, damit ich heute da bin, wo ich bin, mein Leben so leben kann. Und das natürlich auch immer mit dem Hintergedanken, andere Menschen zu inspirieren und ihnen aufzuzeigen, wenn du etwas ändern willst, dann kannst du etwas ändern. Egal wo du jetzt auf der Welt bist, egal in welcher Scheisse du aktuell steckst, wenn du etwas ändern willst, dann kannst du etwas verändern. Es wird sich niemals etwas verändern, wenn wir einfach nur auf dem Sofa sitzen, auf die ganze Welt wütend sind und warten, bis uns irgendjemand davon erlöst. Das wird nicht passieren. Aber jeder hat in jeder Sekunde die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise wir machen das sowieso. Aber wir haben immer zwei Möglichkeiten, immer mindestens zwei Möglichkeiten. und das ist mir einfach so wichtig, dass das den Menschen bewusst wird. Den Menschen, die etwas Besseres im Leben wollen, mehr aus dem Leben machen wollen, glücklicher sein wollen, selbstbewusster sein wollen, gesünder sein wollen. Das geht so weit, es betrifft alle unsere Lebensbereiche und es ist mir einfach so wichtig, dir zu zeigen und zu sagen, wenn du etwas ändern willst, dann kannst du es. Und du hast jeden Tag 100% deiner Energie, deiner Entscheidungen, die du für dich einsetzen kannst. Starten wir mit meinem Weg. Ich werde ihn möglichst kurz zusammenfassen, aber trotzdem so, dass du ihn verstehen kannst. Und ja, es war ein langer Weg und ein Weg, der von sehr viel Wut, Hass und Unterdrückung geprägt war. Und ich finde es immer wieder schön, wenn Menschen, die mich schon länger kennen, mich heute sehen und mir sagen, krass, wie du dich verändert hast, weißt du noch früher. Und das ist dann immer eine sehr schöne Wertschätzung. Aber starten wir von vorne. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das jetzt so noch nie irgendwie öffentlich geteilt habe und auch sehr viele Menschen, die mich vielleicht meinen zu kennen, sehr vieles davon nicht wissen. Ich merke gerade, dass das ein sehr emotionaler Moment gerade ist, das hier mit dir zu teilen. Ja, also, ich bin 1986 geboren und noch bevor ich ein Jahr alt war, hat sich mein Vater das Leben genommen. Ich bin dann, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später, es war, glaube ich, ziemlich schnell, hatte meine Mutter einen neuen Partner und ich bin dann mit einem Stiefvater aufgewachsen. Ich habe auch zwei Halbschwestern, die sind drei und fünf Jahre jünger und es war für mich wirklich immer sehr schwer. Es hat in unserer Familie sehr, sehr viel Gewalt und Aggression gegeben. Ich wurde sehr oft geschlagen. Also das fing bei Ohrfeigen an, bei Schlägen auf dem Po oder also mehrheitlich von meinem Stiefvater. Mit dem Teppichklopfer, ich weiß gar nicht, ob das der offizielle Begriff ist, aber mit dem, man früher die Teppiche geklopft hat, diesen Plastikteil auf den Po, auf den nackten Po geschlagen mit Bambustecken, einfach so, dass es halt richtig, richtig schmerzte. Und das war so an der Tagesordnung. Also das war wirklich, das war normal. Und heute durch die viele Arbeit kann ich natürlich vieles verstehen und auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil in diesem Fall mein Stiefvater, der kannte es ja auch nicht anders. Jeder von uns hat ja eine Geschichte. Das soll überhaupt keine Rechtfertigung sein. Also ich möchte keinen einzigen Schlag auf dieser Welt rechtfertigen, einfach um das klarzustellen, aber es ist einfach, mir hat das sehr geholfen, das alles aufzuarbeiten und auch die anderen Seiten zu verstehen. Ja, also meine ganze Kindheit habe ich eigentlich in Angst gelebt und ich wusste, dass ich immer falsch war. Alles, was ich machte, war falsch. Alles, was ich wollte, war falsch. Jede Musik, die ich hörte, war falsch. Also es war so, ich war einfach immer falsch. Ich hatte immer das Gefühl, falsch zu sein. Nicht willkommen zu sein. Nicht genug zu sein. Das war ein Beispiel zum Beispiel. Ich war immer eine sehr gute Schülerin. Ich habe eine 5,5 nach Hause gebracht. In der Schweiz ist die 6 die beste Note. Also nach der 5,5 kommt die beste Note. Mehr geht nicht. Und statt, dass ich gehört habe, wow, super, hast du gut gemacht, hat es immer geheissen, 5,5. Boah, könnte besser sein. Robin, das war so der Klassenbeste und ich war so der Klassenzweigbeste, hat es immer geheissen, ja, Robin ist bestimmt auch besser. Robin kann schon dies, Robin kann schon das. Und klar war er oder auch meine Mutter, mich wie halt so zu dazu bringen, dass ich noch besser sein könnte, weil ich das wahrscheinlich auch hätte sein können. Aber mir als Kind hat das einfach nur gezeigt, dass ich schlecht bin, dass ich nichts kann und dass ich einfach nicht gut genug bin. Und ja, eben das habe ich halt, ich habe halt nie irgendwie etwas Positives gehört oder so wenig oder so selten, dass mir das nicht geblieben ist, dass sich das nicht eingeprägt hat. Und es wurden auch, meine Bedürfnisse wurden nie gesehen, ich habe mich nie gehört gefühlt, ich musste immer ruhig sein, ich hätte immer anders sein sollen. Ich sollte hübsch sein und ich sollte doch bitte nett sein, damit die anderen kein schlechtes Bild von unserer auch so guten Familie haben. Ja, also es war echt, echt nicht schön. Und ich habe mich dadurch natürlich auch von meiner Mutter ein Stück weit verlassen gefühlt, weil ich da keinen Schutz gegen meinen Stiefvater gespürt habe. Und ich weiss heute, auch sie machte es einfach auf die beste Art und Weise, wie sie es konnte. Sie hatte niemals irgendwie eine schlechte Absicht, was aber auch hier keine Rechtfertigung sein sollte, dass das alles okay war. Und ja, irgendwann war ich dann im Kindergarten, ich hatte natürlich super viele Schlägereien, ich habe andere Kinder gehauen, ich konnte mich sehr schlecht integrieren. Also ja, alles, was ich von zu Hause erlebt habe, habe ich dann wieder halt ausgelebt. Oder alles, was ich zu Hause, besser gesagt, unterdrücken musste, oder was unterdrückt wurde, habe ich dann im Aussen ausgelebt. Und ich habe mir auch als Fünfjährige überlegt, wie ich von zu Hause abhauen konnte. Also ich war da fünf und habe mir überlegt, dass ich einen Koffer in der Nacht, einen Koffer von meiner Mutter nehme, dass ich da ein paar Kleider reinmache. Ich weiss nicht, warum, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich nach Italien abhauen sollte, weil es da eine Grenze gibt und die Polizei nicht mit der Schweizer Polizei kommuniziert und ich dann frei sein kann. Und ich weiss, puh, es gibt eine sehr emotionale Folge. Ich weiss noch, dass ich mir da überlegt habe, dass ich meine Cousine informieren möchte, einfach, dass wenigstens sie weiss, dass ich weg bin. Und natürlich habe ich da als Fünfjährige wie keinen weiteren Plan dazu gehabt, wie ich nach Italien komme und weg von zu Hause komme. Ja, später ging es dann weiter. Ich habe immer, wenn wir Ferien hatten, wenn wir Schulferien hatten, habe ich das so organisiert, dass ich meine Verwandten besuchen konnte und dann halt wirklich in den Ferien nicht zu Hause sein musste, weil das einfach, das wäre die Hölle für mich gewesen, noch mehr zu Hause zu sein zu müssen. Und ich ging dann immer zu meiner Gotte, zu Tanten, zu Cousinen, zu wer auch immer mich aufnehmen wollte. Das war so das Highlight im Jahr, dass ich da einfach weg sein konnte. Und ich habe eine Cousine, die war immer wie so ein sicherer Hasen für mich. Und für die bin ich echt, echt sehr dankbar. Wir haben nach heute eine sehr schöne Beziehung. Ja. Ja, so war das die ganze Primarschulzeit. Einfach immer nur Unterdrückung, ganz viel Gewalt, Hass, Angst. Und definitiv kein Vertrauen. Dann mit 13 ging ich ins Gymnasium. Das war eine Entscheidung, die ich treffen musste. Aber ich konnte die gar nicht treffen, weil ich mich gar nicht traute, zu fragen, was das ist, was das bedeutet. Oder auch einfach nur Nein zu sagen, weil ich nie Nein sagen durfte. Ich wurde nie gehört, wenn ich irgendwas nicht wollte. Also ging ich da ins Gymnasium. Das war, glaube ich, mit dem Zug ist das so 20 Minuten, 30 Minuten entfernt. Und am Ende des ersten Jahres haben wir Schüler untereinander ein Abschlussfest gemacht. Und dann hatte ich den Zug verpasst. Und das hat brutale Panik und Angst in mir ausgelöst. Weil ich wusste, dass ich jetzt nach Hause telefonieren muss. Es war irgendwo in der Nacht. Und mich meine Mutter holen muss. Und ich weiss noch, dass ich zu meinen Mitschülern gesagt habe, die kannten ja meine Geschichte auch nicht. Die wussten, dass ich einen Stiefvater habe. Und die haben angenommen, dass es irgendwie nicht so toll ist zu Hause. Aber ich hätte ja auch nie zu diesem Zeitpunkt darüber geredet. Weil für mich war ja klar, das habe ich ja so gelernt. Ich bin falsch. Ich bin an allem schuld. Ich mache nichts richtig. Und deshalb hätte ich nie mit irgendjemandem das so geteilt. Aus purer Scham. Weil es wäre ja mega peinlich gewesen, wenn ich etwas geteilt hätte, wofür ich die Schuld getragen habe. Also so habe ich natürlich nicht. Aber das war ja so mein Verständnis oder was ich gelernt habe. Ja, und dann war ich da und habe gesagt, scheiße, 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 scheiße. Ich habe einen Zug verpasst. Und dann meinten die, ja, ruf doch deine Mutter an. Die konnte ich bestimmt holen. Und dann war ich wirklich in Panik. Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht anrufen. Der bringt mich um. Wenn ich jetzt mitten in der Nacht irgendjemanden aufwecke, der, pff, ich kann nicht nach Hause. Der bringt mich um. Der, 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 pff. Und dann haben zwei mich angeschaut und gesagt, hä, das ist doch dein Stiefvater. Du sagst, ja. Und dann meinten sie so, der hat dir gar nichts zu sagen. Und der darf dich vor allem nicht schlagen. Du kannst die Polizei rufen. Und das war so das erste Mal im Leben, wo ich so ein bisschen Erleichterung gespürt habe. So, ich bin doch nicht ganz allein. Zumindest die Polizei könnte mir vielleicht helfen. Ja, ich bekam dann von einem das Handy. Also das war da ja noch nicht so üblich, dass wir da Telefone hatten. Wir waren da, also ich hatte dann irgendwann auch eins bekommen von einer Tante. Aber da war genau einer oder zwei. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Ne, 22 Jahre. Genau, das war da noch nicht so üblich. Aber ich bekam dann das Telefon, habe dann Zittern angerufen und einfach gehofft, dass meine Mutter abnimmt. Die hat dann abgenommen. Die hat gesagt, scheiße, sorry, ich habe den Zug verpasst. Kannst du mich holen? Hat sie natürlich gemacht. Und es ist dann auch nichts weiter passiert. Aber das nächste Mal, als ich in der Küche auf dem Holzbank saß und er mich schlagen wollte, er hat so ausgeholt, wollte mir eine Ohrfeige geben, habe ich mich geduckt und er hat dann in den Holzbank geschlagen. und ich habe dann nur so hochgeschlagen und gesagt, ich kann auch die Polizei rufen. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen. Und das war für ihn auch so, also das habe ich so gespürt, so ein Moment, wo er so ein bisschen zurückgeschreckt ist und wahrscheinlich gemerkt hat, dass ich recht habe. Ja, das war für mich so eigentlich eine megakrasse Stärkung, einfach nur anzunehmen, dass irgendjemand mir helfen würde und auch zu wissen, dass es falsch ist, dass andere, nicht nur ich das Gefühl habe, dass es falsch ist, dass der schlägt, sondern dass andere mir das bestätigen, obwohl sie gar nicht wissen, was genau los war die ganze Zeit. Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass mein Stiefvater in Anführungszeichen Arschloch ist. Ich habe ihn von da an auch nur noch so genannt. Und dass auch meine Mutter nicht wirklich besser ist, weil sie mich ja nie davor geschützt hat. Also, dass sie das in meinen Augen wie unterstützt hat. Und das hat dazu geführt, dass meine Einstellung ziemlich krass sich verändert hat und dass ich mir von niemandem mehr was sagen lassen habe. Also, nicht von meinem Stiefvater, weil da habe ich ja schon mit der Polizei gedroht. Der hat mich dann auch eher in Ruhe gelassen, so auf der körperlichen Seite. Der Terror war natürlich trotzdem immer da, auch meine Angst, dass irgendwas passiert. Und von meiner Mutter habe ich mir auch nichts mehr sagen lassen. Und es ist dann so in eine Richtung gegangen, ich meine, als 13-Jährige hat man weder Lebenserfahrung noch sonst irgendwas. Und ich habe dann ziemlich viel angefangen zu kiffen. Ich habe dann dafür gesorgt, dass ich praktisch nie zu Hause bin. Also, ich bin mit dem ersten Zug morgens um fünf in die Schule gefahren. Ich glaube, das war um fünf oder sechs. Nee, das war früh. Es war meistens dunkel. Ich bin dann in die Schule gefahren, habe da irgendwo im Bahnhof rumgesessen, habe im Zug den ersten Joint geraucht. Das durfte man noch rauchen, so lange ist das her. Ja, ich hatte so ein Zigarettenpäckchen dann mit meinen Joints und bin dann auch oft in der Pasing mir raus und habe einfach echt versucht, wie mich zu betäuben, also unbewusst natürlich in dem Alter. Ich habe dann auch Sport gemacht und war dann immer entweder nach dem Sport mit dem letzten Zug nach Hause gefahren oder ich blieb einfach noch in der Schule, habe da gelernt und einfach gewartet, bis der letzte Zug fährt und ich nach Hause muss. Also, es waren Jahre, in denen ich nicht viel geschlafen habe. und ich mich sehr, ja, wirklich betäubt habe. Irgendwann habe ich dann auch erkannt, dass das Leben super scheisse ist und ich hatte dann irgendwann ein neues Hobby. Ich ging dann zum Fussball, hatte da neue Freunde und eine neue Ablenkung und das erste Mal so Freude. also jedes Wochenende war da ja ein Spiel und so ein Gemeinsamkeitsgefühl, ein Zugehörigkeitsgefühl und ja, das hat mir dazu mal sehr viel Halt gegeben. Nach drei Jahren im Gymnasium habe ich dann irgendwie entschieden, dass ich das abbreche. Ich wollte dann irgendwann mal nach Amerika. Das war eigentlich abgemacht gewesen für ein Jahr als Au-Pair oder so, auch zum Englisch lernen und mal weg zu können und dann habe ich dann irgendwie mit meiner Mutter gestritten und die hat mir das dann gestrichen und dann habe ich dann irgendwie mit meiner Klassenlehrerin geredet und gesagt, ich breche die Schule ab, ich komme nach der Sommerferie nicht mehr und dann waren fünf Wochen Sommerferien und ich habe dann gemerkt, dass meine älteren Freunde, die haben Lehren, also Ausbildung begonnen oder mussten wieder zur Schule und ich hatte ja so wie nichts und dann hat irgendjemand gesagt, es gibt das zehnte Schuljahr, dann habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sommerferienwoche da mal angerufen und dann war die Frau zum Glück super nett, ich konnte da mal vorbei und eigentlich wäre das ganze Aufnahmeverfahren gar nicht gelaufen, nicht mehr am Laufen gewesen, es war schon abgeschlossen und sie hat aber glücklicherweise meine Situation erkannt und hat mir dann erlaubt, dass ich da ja nach den Sommerferien nach ein, zwei Wochen da kommen konnte und das war natürlich ein ganz anderes Level als das Level im Gymnasium und ich habe da wirklich in dem Jahr auch so das Lernen verlernt, das war echt krass und ich war da, wurde noch rebellischer, ich habe auch einem Lehrer mal gesagt, er sei ein Arschloch, also so ganz ja, das war auch nicht so das Beste, ja und danach wusste ich nicht, was machen und habe mich dann dafür entschieden, die Handelsmittelschule weiterzumachen, weil ich eigentlich immer gern gelernt habe und mich so quasi berissen lassen habe, habe dann natürlich die Prüfungen so bestanden und ja und in der Freizeit ging immer noch viel, ich habe Volleyball und Fussball gespielt, ich ging viel zum Fussball und kam da aber auch dann so in eine aggressivere Schiene und natürlich hatte ich da auch eher so auch aggressive Freunde, weil erstens sieht man immer das an, was man ausstrahlt und zweitens, wenn man nicht zu Hause ist, dann trifft man ja draußen die Leute, die auch nicht zu Hause sein wollen und wir hatten, also ich hatte eine super Zeit, ich ja, habe das total genossen aber eben, es war halt so ja, sehr viel Krawall auch dabei beim Fussball und ich wollte mich da auch immer mit den Hooligans prügeln, also ich war super aggressiv und ich habe mir das auch zugetraut und ich glaube, im Nachhinein ist so das Glück, dass die Gegner nie gegen Frauen boxen wollten, also die haben ihm gesagt, nee und dann muss ich so wie, ich wurde immer verschont, auch wenn es Schlägereien gab, die haben mich wie gar nicht wahrgenommen, und heute finde ich das recht amüsant, wenn ich mir so da vom heutigen Standpunkt diese Geschichten nochmal so vor Augen führe, aber es war natürlich wirklich, also das hätte ja auch blöd, also schlimm ausgehen können, ja, die haben mich dann auch, meine Freundin nannte mich da immer Hooligirl, das ist wirklich super lustig, ja, genau, ja und ich ging dann auch oft auf Partys und habe dann auch irgendwann angefangen, ein bisschen Ecstasy zu konsumieren und so, aber ich hatte da immer super Schutzengel und auch meine Freunde, die da wirklich gut auf mich aufgepasst haben und dass ich einfach gar nicht so krass viel reingehauen habe, ja, jedenfalls ging das, war das so mein Parallelleben neben der Schule und in der Schule, also in dieser Wirtschafts-, nee, Handelsmittelschule hat es geheissen, mussten wir dann Praktika machen, weil das so wie eine kaufmännische Ausbildung war, einfach mit der Berufsmaturität eigentlich, aber mehr in Theorie und das war super schwer und mir hat auch eine Frau beim Vorstellungsgespräch mal gesagt, dass mein Lebenslauf halt nicht so perfekt ausschaut und dass meine Familiengeschichte nicht so toll klingt und sie wie sicherstellen müssen, dass sie sich auf jemanden verlassen können, den sie einstellen und so habe ich die Stelle natürlich nicht bekommen und ich habe dann einfach gemerkt, weil das letzte Jahr war dann ein ganzes Jahr Praktikum und ich wusste, ich hatte keine familiären Beziehungen, ich hatte keinen perfekten Lebenslauf und ich habe bei anderen gesehen, wie schwierig oder unmöglich oder fast unmöglich es war, eine Stelle zu finden, weil ich habe auch in einer eher konservativen Region gewohnt da. Ja, dann habe ich mich entschieden, dass ich eine Lehrstelle suche und auch diese Schule abgebrochen habe, als ich dann endlich eine Zusage von einer Ausbildung in der Nähe von Zürich bekommen habe und das war so so viel Erleichterung, weil damit konnte ich oder musste ich in Anführungszeichen ausziehen und ich konnte endlich selbstständig sein und mich aus diesem Netz befreien. das war wirklich so wie ein Neuanfang, ein erster Neuanfang für mich und ich habe da auch sehr vieles gelernt, sehr viel Menschlichkeit gelernt, weil das war ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, das mir und einer Mitstiftin eine Chance geboten haben, weil die irgendwie was gespürt haben und ja vorher war das immer so, dass ich wusste, ich war nichts wert und ich eh jedem egal bin, dass das Leben keinen Sinn hat, dass ich so oft lieber gestorben und ich habe mir echt auch gewünscht, dass irgendwas passiert, dass mich ein Auto überfährt oder whatever, das habe ich, ich bin in der Nacht, wenn es dunkel war, extra ein bisschen näher in der Strasse gelaufen, dass falls ein Auto ein bisschen schneller kommen würde, dass es mich nicht mehr sehen könnte. Also ich habe mir echt so solche Szenarien überlegt, was echt, weil mein Leben sich für mich nicht lebenswert angefühlt hat. Und es gab eine Situation, da hat eine Freundin, das war beim Fussball, wo es wieder voll ausgeartet war und ich habe mir meinen Rucksack vor ihre Füße geworfen und gesagt, okay, warte, ich komme wieder oder ich will da jetzt losrennen gegen, keine Ahnung, in der Schlägerei oder whatever, was da los war. Dann hat sie mich am Arm gepackt und hat gesagt, Natascha, ich habe Angst um dich. Und dann wurde ich wüten, weil ich kannte das ja gar nicht, dass sich jemand um mich sorgt. Hat mich losgerissen, bin losgerannt und ich habe dann aber später, hat das unterbewusst recht krass mit mir was gemacht, weil das das erste Mal war, wo ich gespürt hatte, dass jemand mich sieht, dass jemand einen Wert in mir sieht, dass jemand Angst um mich hat. Und das und die Ausbildung, das hat einiges in mir ausgelöst, was mich dann dazu führte, dass ich mich mehr vom Fussball und zu diesen für mich dann doch eher negativen Sachen distanzierte. Ich hatte auch in der Ausbildung das erste Mal so Kontakt mit Homöopathie und alternativer Medizin, weil die Frau des Ausbildners da sehr homöopathisch unterwegs war und auch immer die Globulis für mehr Beruhigung, gegen Nervosität, für Prüfungsangst und so nach Heuschnupfen gegeben hat. und das war auch spannend, weil das auch so ein Konzept war, das ich bisher nicht kannte. Und ja, da war noch eine andere Situation. Ich hatte ein Auto und wir haben einmal zwei Wochen an einem Ort fix gearbeitet und am Wochenende bin ich mit meiner Mietstiftin auf eine Party gegangen und dann fuhren wir nach Hause und das war ziemlich lang und wir haben uns unterschätzt, wir waren beide ziemlich müde und dann fuhren wir so auf der Autobahn und ich weiss noch, dass es wie so geknallt hatte und ich kurz dachte, ich bin im Krieg oder jemand schiesst auf uns und dann bin ich natürlich aufgewacht und ich bin dann so seitwärts an der Leitplanke nachgefahren mit dem Auto und die Leitplanke hat natürlich am Auto das Geräusch dann gemacht, was ich als Schüsse wahrgenommen hatte, so im Schlaf. Wir sind dann beide zur gleichen Zeit waren wir eingeschlafen und so ein Sekundenschlaf und die ganze Seite beim Auto war zerkratzt, der, wie sagt man, der Rad, da wo das Rad drin ist, der Radkasten war so eingedrückt und ja, wir waren dann super schockiert und wir wussten, dass wir vielleicht nicht die Polizei rufen sollten, weil sonst Ausweis weg, keine Ahnung, was da passieren konnte. Ich war da irgendwie 19 und dann sind wir, wir mussten dann langsam fahren, weil der Radkasten immer auf das Rad gedruckt hat und das hätte ja dann einen Riss geben können und jedes Mal, wenn irgendeine Bodenwelle kam oder so, hat es halt dann so gefedert, also wir fuhren dann irgendwie auf der Autobahn mit 30, zum Glück war es Nacht und niemand war da. Dann irgendwann kamen wir im Dorf an, es war dann schon hell, weil wir so lange hatten, haben das Auto parkiert, gingen schlafen und dann am Morgen hat die Frau ans Zimmer geklopft und hat gesagt, guten Morgen, Nascha, aufstehen und dann bin ich aufgewacht, habe mich erinnert und ich dachte, scheiße, 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 die bringen mich um, ich hatte wieder so die Panik, wie da von meinem Stiefvater, die bringen mich um, weil ich mein Auto zerstört hatte. Und dann habe ich mich mega geschminkt, weil ich natürlich super geweint hatte, mega dicke Augen gehabt und dann kam ich raus und dann kam die Frau und sagte so, Nascha, ist doch alles okay. Und dann sah ich den Lehrmeister weiter hinten und ich dachte, der rastet aus, der bringt mich um, der, 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 ich weiss nicht, was jetzt mit mir passiert. Dann haben die mich in den Arm genommen und gefragt, was denn los sei, sei doch alles okay, das sei doch nur ein Blechschaden da draussen, das kann man ja wieder flicken, sie seien doch froh, dass wir heil zurück sind. Und das war das so das Gegenstand oder so. Und die haben das echt ernst gemeint, ich konnte das zuerst gar nicht glauben. Und ja, ich war natürlich froh, dass da keine Schläge oder irgendwie sonst was gab. Und das war dann so wie die zweite Erfahrung, die ich einfach machen musste, dass ich mein System ein bisschen wertvoll vorkam. Ja, dann konnte ich da glücklicherweise eben die Ausbildung machen, habe dann auch nach der Ausbildung einen Job gefunden und hatte dann so ein mehr oder weniger normales Leben. Ich glaube, ich ging immer noch ab und zu zum Fussball, hatte aber sehr viele neue Freunde, ich ging auf Partys, ich war monatelang im Voraus ausgebucht, weil auch in Zürich und so, da läuft halt einfach auch so viel. Und ja, da lief immer irgendwas. Und ich habe dann berufsbegleitend noch ein Wirtschaftsstudium begonnen und es sah eigentlich alles perfekt aus. Und ich habe mich dann aber innerlich, irgendwie war da so eine Leere und ich war einfach nicht glücklich. Das konnte ich aber damals gar nicht fassen. Ich fand einfach so, mein Leben hat sich angefühlt wie vor einem grossen schwarzen Loch und ich habe mir immer gewünscht, dass ich da reinspringen kann, weil mein Leben einfach irgendwie anscheinend keinen Sinn hat und ich darin versinken kann. Und das war dann so krass, dass die Frau, die Ausbildnerin mich einmal angerufen hat, wir hatten immer ein gutes Verhältnis, sie hat gesagt, hallo Nascha, wie geht's dir? Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr lügen. Ich habe immer allen gesagt, mir geht's gut, mir geht's gut, ich kannte ja auch nichts anderes und ich hätte mich auch geschämt, etwas anderes zu sagen. Dann war ich auf der Straße, nach der Arbeit ging zum Tram und dann hat sie mich gefragt, wie geht's dir? Und da stand ich da und ich habe einfach angefangen zu weinen und die kannte mich auch nicht so. Hat sie, was ist passiert, was ist passiert? Ich so, nichts, aber ich kann jetzt, glaube ich, gerade nicht reden, weil es war für mich ja auch neu, dass ich einfach so Windzusammenbruch hatte und ich den ja gar nicht zuordnen konnte. ja, dann ging das nächste Theater für mich in Anführungszeichen weiter, weil es sah ja alles so perfekt aus, ich hatte Freiheiten, ich hatte einen Job, ich hatte Geld, ich hatte Freunde, ich hatte viel Entertainment, aber habe natürlich nicht festgestellt, dass das einfach nur alles im Aussen war. Ja, und dann habe ich dann auf Facebook von Tatjana Strubel gesehen, dass die irgendwas, ach nee, das stimmt gar nicht. Nee, der ganze Auslöser, das war was anderes. Ich hatte, es gab also ein Onlinespiel und da hatte ich einen Face-Reading-Kurs, einen Lügen, Lügen-Entdeckungskurs oder so, erspielt. Und das war dann ein zweitägiger, das war super spannend, ein zweitägiger Face-Reading-Kurs. Wir waren da eine Gruppe und der wurde eben von Tatjana Strubel durchgeführt, deshalb habe ich jetzt die Verknüpfung da gemacht. Das war ein zweitägiger Kurs und wir haben da gelernt, wir haben im Gesicht, ich glaube, 350 Merkmale und wenn wir die lesen können, können wir Menschen lesen. Und meine Intention war dazu mal, dass ich diesen Kurs mache, um herauszufinden, wer mich anlügt. der Kurs war super super spannend und am letzten Kurstag, also am zweiten Kurstag, hat Tatjana gemeint, ja, ihr macht alle, das war eigentlich, glaube ich, ein fünftägiger Gesamtkurs und ich war noch zwei Tage da, ihr machte alle den großen Kurs und weil Natascha heute das letzte Mal da ist, soll ich mich doch in die Mitte setzen und alle Kursteilnehmer sollen mein Gesicht analysieren, dass ich was mitnehmen kann und dann haben die mir Sachen gesagt, die ich wusste, die ich, ja, das war alles okay, das war recht cool und am Schluss meinte Tatjana, so, hat noch jemand was, dann erzähle ich noch, was ich sehe und dann hat die mich, also ich habe mich dann komplett nackt ausgezogen gefühlt, die hat Sachen gesagt, die ich immer verheimlicht hatte, bewusst oder unbewusst, weil die mich gefühlt angreifbar gemacht hätten. Die hat mir, ich weiss nur noch, die hat mir damals gesagt, dass ich emotional bin und ich meine, Emotionalität ist ja also pure Angreiffläche und ich weiss gar nicht mehr, was sie mir alles gesagt hat, ich wollte einfach nur noch im Boden versinken und ich war so froh, als das vorbei war und als ich diesen Kurs verlassen konnte und noch auf der Schwelle, also vom Kurs wieder raus in die Realität gingen Gedanken durch meinen Kopf, wie, okay, scheisse, es gibt anscheinend Menschen, die sehen mehr, als du zeigen willst, weisst du überhaupt, was du zeigst oder was du zeigen willst oder was du zeigen kannst, also weisst du überhaupt, wer du bist und das war ziemlich krass, das hat dann also echt übel in mir nachgearbeitet und das führte dann auch dazu, dass irgendwas in mir diese innere Leere wahrgenommen hat, aber halt eben alles nur unbewusst und an dem Tag, als ich da einfach nur geweint hatte auf die Frage, wie geht's dir, hat sich da wahrscheinlich einfach irgendwas gelöst und dann kam ich nach Hause, habe auf Facebook gesehen, dass Tatjana Strobl Hypnose anbietet und ich saß weinend da und dachte, fuck, irgendjemand muss mir helfen, ich kann anscheinend diese Welt nicht verlassen, aber ich frage irgendwie Hilfe, weil ich scheisse, ist einfach nur scheisse, dann habe ich ihr geschrieben, ich so, meinst du, kannst du mir helfen, mein Leben ist scheisse und ich habe keine Ahnung und whatever und dann meinte, ja klar, komm vorbei, ich mache dir einen Termin und ja, ich hatte dann, ich glaube, das war so anscheinend, ich bin gar nicht sicher, ob ich das jetzt so zeitlich alles richtig hinkriege, jedenfalls ging ich dann irgendwann zu dieser Hypnose und wir haben drei Stunden gearbeitet und das war so krass. In der Hypnose habe ich so viele Situationen wie akzeptieren können in meinem Leben und mit einem neutraleren Blick sehen können, also wir haben wie so gefühlt hunderte Situationen wie richtig gestellt in Anführungszeichen und nach den drei Stunden lief ich raus und ich habe mich wie 50 Kilo leichter gefühlt. Ich war so frei und ich konnte das erste Mal in meinem Leben, ich war da irgendwo 23 glaube ich so plus minus 3 bis 25 irgendwo in meinem Leben konnte ich nach vorne schauen, ich sah ein Leben vor mir und nicht nur die ganze Vergangenheit, das war so so krass. Ja und dann gleichzeitig oder so irgendwo dazwischen, ich ging immer gerne reisen, also meinen Urlaub habe ich möglichst so aufgespart, dass ich dann irgendwo sechs Wochen weg kann und ich wusste, ich habe nie gelesen, mich haben die ganzen Bücher nie interessiert, also das, was wir in der Schule lesen mussten und ich wusste aber, dass alle Menschen lesen, dann dachte ich, ja vielleicht kann ich auch mal lesen, wenn ich so sechs Wochen unterwegs bin und dann hat mir eine Freundin, die ja auch immer viel gelesen hat, das Buch von Robert Beetz raus aus den alten Schuhen empfohlen, ich hatte keine Ahnung was das ist, ich wusste nicht mal wo suchen, also das hat mir dann die Frau im Büchergeschäft gezeigt, wo ich das finde, habe es dann gekauft und gleichzeitig habe ich auch vom The Secret immer wieder gehört und dachte so, ja komm, nehme ich noch ein zweites Buch mit und diese beiden Bücher waren meine ersten Game Changers weil beim The Secret habe ich halt erkannt, was meine Gedanken für eine Macht haben und Robert Beetz mit dem Buch raus aus den alten Schuhen habe ich wie ein Verständnis bekommen für mein Leben, für zum Beispiel das Leben meiner Mutter meines Stiefvaters von allen quasi Beteiligten in meinem Leben und das war dann wieder so, das hat super gut getan, weil es einfach viel Verständnis für mich war, für mein Leben, aber auch für alles, was sonst passiert und ich habe da erkannt, dass ich eine riesige Macht habe, mein Leben zu gestalten und ich habe dann The Secret auch super ausgetestet und es hat so vieles funktioniert, was einfach so eigentlich ein Wunder oder gar nicht möglich war, wenn man das jetzt so mit dem reinen Verstand anschaut. Ja und dann ging meine Reise weiter, ich hatte eine Freundin, die energetisch arbeitete oder arbeitet und mir so noch eine neue Richtung aufgezeigt hat, was ich anfangs komplett nicht verstehen konnte, ich dachte, die ist ein bisschen gaga und ich habe irgendwann mal so ein Sensitivitäts Workshop gemacht, wo ich auch gelernt habe, wie viel wir spüren und wahrnehmen, wenn wir unsere Sinne öffnen, wenn wir unser Bewusstsein erweitern lassen, also wenn wir das zulassen, wie viel wir das Gegenüber über den Menschen wahrnehmen und Wissen ohne miteinander zu reden, also das war auch super, super faszinierend und halt so im Berufsleben ging es weiter, studiert, also es war so eine höhere Fachschule, dann habe ich die Pastorelle gemacht, Berufsbegleiten, das war alles super intensiv und dann die Fachhochschule, alles wirtschaftslastig, ich hatte einen Job in den Finanzen, hatte einen guten Lohn eigentlich und ja, es war eigentlich alles so perfekt, wie man sich das vorstellt. Trotzdem hatte ich irgendwie nie Geld, ich hatte immer zu wenig Schlaf, ich war dauerbeschäftigt und ich hatte ziemlich wenig Bewusstsein in allen möglichen Lebensbereichen, aber das war Wuchs und irgendwann, ich war schon Vegetarierin, auch mit 13, was ja ein sehr einschneidendes Lebensjahr war, habe ich mich entschieden, dass ich Vegetarierin werde, also ich keine Tiere esse und dann irgendwann vor acht Jahren habe ich mich entschieden, dass ich mich vegan ernähre und das war auch ein mega krasser Game Changer, weil durch die vegane Ernährung, durch die Auseinandersetzung mit der Ernährung, durch gesünderes Essen, wurde ich viel offener, also für so viele Themen und auch so bewusster und spirituell offener. Ich habe dann auch mit Yoga begonnen und Meditation und da haben sich Felder geöffnet, von denen ich früher nichts gewusste und auch nicht geträumt hätte. Und auch durch die Ernährung habe ich mich viel fitter gefühlt, Allergien gingen weg, Heuschnupfen gingen weg, ich fühlte mich viel freier, gesünder, lebendiger, ich hatte viel mehr Energie und ich bin mir sicher, dass das auch ein riesen Meilenstein war in meiner Entwicklung, in meiner bewussten Entwicklung, durch diese Ernährung, durch diese halt frei von Leid, frei von Töten, von dieser Schwere, also die ganze Ernährung. Und dann ging es weiter, ich habe dann durch eine Heuschnupfen-Mischung von Bachblüten erkannt, dass Blüten, das Pflanzen uns unterstützen können. Und eine Freundin hat die Bach- und Buschblüten-Ausbildung gemacht und das fand ich so faszinierend, wie das funktionierte und dann habe ich die auch gemacht und da konnte ich vieles noch nicht so greifen, aber es war super spannend. Und ja, dann hatte ich mal eine Sehenscheidenentzündung und ich war dann allgemein nicht mehr so auf der schulmedizinischen Linie, weil, ich weiß eigentlich gar nicht, weil, aber ja, dann hat mir eine Freundin empfohlen, weil es einfach nicht geholfen hat, wenn ich mal was brauchte oder nicht längerfristig. Und dann hat mir eine Freundin empfohlen, dass ich durch Akupunktur ausprobieren sollte. Und durch Akupunktur ging meine Sehenscheidenentzündung weg. Und das arbeitet ja alles mit unserem Energiesystem. Und immer wenn wir irgendwas da energetisch lenken, verändert sich ja etwas in uns. Es gibt ja da verschiedene Ansätze und Wege zu uns selbst. Das ist super faszinierend. Ich habe dann auch viel so energetisch mit einer Freundin gearbeitet, die Theta-Healing macht. Ich ging in die Kinesiologie, so spirituelle Kinesiologie, habe ein NLP-Coaching gemacht und mich so wirklich, wirklich bewusst entwickelt. Mein Mindset hat sich total geschifftet. Ich war früher total negativ, alles war scheisse und ich habe dann erkannt, dass ich das steuern kann. Und was Positives denken, das heisst nicht irgendwie naiv durch die Welt zu gehen, aber was Positives denken, was die Gedanken für eine Macht haben. Das ist so, so kraftvoll. Ja, ich habe vieles ausprobiert, vieles hat mich zu mir gebracht, ich habe mich kennengelernt und mich dadurch natürlich sehr verändert. Und diese Veränderung hat dann so weit geführt, dass ich irgendwann im August 2016 im Büro stand. Es war da kurz vor Jahresabschluss und dann hatte ich so das Budget vor mir, habe meinem Chef die Zahn vorgelegt und das Budget war 27 Millionen Umsatz und wir hatten irgendwie 26,5 also eigentlich erreicht. Da meinte er so, ja, was ist mit den 500.000, also eine Erklärung? Ich so, nein, weil es für mich so weit keinen Sinn mehr machte, diese 500.000 Franken zu erklären, weil ich gleichzeitig sah, dass wir so viel Bedarf haben, um uns Menschen zu kümmern, um ältere Mitarbeiter zu kümmern, um die auszubilden, dass die mit den neuen Technologien arbeiten können, um die sich wohlfühlen und so. Ich habe das halt so voll den Shift gemacht, dass mir der Mensch auf einmal viel wichtiger war als das Geld und den Menschen ins Zentrum gepackt. Also allgemein in meinem Leben und dann halt auch einen Job, aber wenn du in Finanzen arbeitest, kannst du nicht einfach auf einmal so obersozial sein und dich um Menschen kümmern wollen. Ja, und da meinte ich so, wir haben ja eh Ambitionen drin gehabt und das war unklar und so und wir haben ja eh schon alles gelogen, die Zahnen sind ja immer gelogen im Controlling ein Stück weit. Da meinte ich so, ja, aber das ist dein Job, wir brauchen eine Begründung. Und dann, das war so der Moment, wo sich wirklich gefühlt jede einzelne Zelle meines Körpers dagegen gesträubt hat. Hör auf mit dieser Scheisse, was machst du hier, du bist ja falsch, Hilfe! Also die haben mich so richtig, die haben mich innerlich angeschrien. Und es war so ein richtig krasser Kampf, diese Begründung da abzuliefern und mein Gott, das war schlimm. Und dann, die nächsten Tage irgendwann, oder vielleicht am gleichen Tag, ging mir an so eine Reiseveranstaltung und ich habe das total gefühlt. Der Typ hat da erzählt über seine Weltreise und ich war da drin, also das habe ich total gefühlt, so richtig, richtig gefühlt. Dann ging ich nach Hause, geschlafen und am nächsten Tag bin ich aufgewacht, mich so eingekuschelt in meine Decke und hatte so ein fettes Grinsen im Gesicht. Und ich dachte so, spinnst du jetzt? Was grinst du hier so vor dich hin? Dann stand ich auf, habe in den Spiegel geschaut, seine geputzt und dann kam das Gefühl wieder hoch, dass ich gar nicht greifen konnte. Was geht mit dir? Hör auf, mach dich bereit, geh zur Arbeit. Und dann wusste ich aber irgendwie, Reisen, die Welt, Weltfreiheit, das ist, glaube ich, das Gefühl, das ich gerade so in mir habe. Und ja, dieser Arbeitstag war dann ein hergefüllt mit Überlegen, wo soll ich hin, wo kann ich hin, wie viel Geld brauche ich, was gibt es für Sicherung, was gibt es organisatorisch zu tun, also so die ganze Weltreisevorbereitung. Und das war dann ziemlich klar, also am Wochenende hatte ich das gefixt, ich wusste, ich muss weg, das ist mein Weg. Also es hat sich so das erste Mal so leicht und fröhlich und so mega gut angefühlt. Ja, ich habe dann alles geplant und ging dann ein Jahr später los, im September 2017, bis dahin hatte ich alles organisatorische geregelt, ich habe fast alles verkauft, die Wohnung aufgelöst und so und war dann ready, open end, die Welt zu entdecken und auf der Welt zu leben. Ja, das war mega. Das war also es war die beste Entscheidung in meinem Leben, weil ich weil ich einfach meinem Herzen folgen konnte, beziehungsweise ich das gelernt habe. Ich habe auf meinem Bauchgefühl gehört und ich bin so durch die Welt gereist, ich habe so viel gelernt, ich habe so viele wunderbare Menschen getroffen. also einfach so Herzensbegegnungen. Ich habe viel gelernt über mich, über meine Kultur, über unsere Kultur, über andere, ich habe viel reflektiert, ich habe mein System in so vielen Themen neu programmiert und natürlich gleichzeitig wurde ich mit sehr vielen persönlichen Themen wieder konfrontiert und habe sehr, sehr viel an mir gearbeitet, also eigentlich dauernd an mir gearbeitet. Und ich muss dann immer schmunzeln, wenn Menschen denken, dass ich so 365 Tage einfach nur chille, am Strand liege und das Leben an mir vorbeizieht, weil ich glaube, genau deshalb, weil ich so viel Zeit habe und weil ich mich mit meinem Leben und Menschen auseinandersetze, ist es viel intensiver, als wenn man zu Hause im Hamsterrad ist und gar keine Zeit hat dafür, für diese Entwicklung, für diese Gedanken, für diese Auseinandersetzung. also chillen ist definitiv nicht angesagt in meinem Leben. Ja, ich habe dann auch irgendwann 2018 einen Online-Kongress durchgeführt, weil ich etwas in die Welt tragen wollte, weil ich wieder irgendwas Sinnvolles machen wollte und ich habe dann die Inspirationstüte gestartet, meinen Podcast, wo ich eben viel Inspiration geteilt habe. ich habe vor zwei Jahren eine Coaching-Ausbildung in der Schweiz gemacht, den Integral-Coach, so eine Basisausbildung. Ich habe letztes Jahr den veganen Ernährungsberater abgeschlossen und ja, mein Weg hat sich eigentlich wirklich ziemlich klar gezeigt, dass ich einen Impact auf die Welt haben möchte, dass ich etwas Positives bewirken möchte, dass ich Menschen unterstützen und helfen will, dass ich mich weiterentwickeln will und das auf einem selbstständigen Weg und ja, ich bin auch aktuell gerade in der Ausbildung von Julia, die heisst Goddess Leaders Academy und das ist eine Ausbildung, wo wir lernen, wie wir unser Business aufbauen, die ist sehr spirituell, das ist so ein sehr wichtiger Punkt für mich, weil das ist ein Kern in meinem Leben und bei mir hört es nicht bei der Wissenschaft auf, weil da ist einfach viel mehr, wir Menschen, das ganze Universum, und da ist so, so viel mehr und ja, wir lernen auch Coaching Tools und zu verbinden mit eben der geistigen Welt, mit der Schöpfung, also das sagt mir definitiv mehr zu als irgendwie eine Wirtschaftsausbildung oder so und ja, ich möchte einfach auch Frauen, die ihr Leben verändern wollen, die ihren Weg gehen wollen, die einfach mehr vom Leben wollen, aus ihrer Scheisse, wenn ich das so sagen darf, helfen, einfach, weil ich weiss, was alles möglich ist und wir können alles verändern, aber es ist wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du die Verantwortung für dein Leben übernehmen musst, weil sonst geht es nicht, ich kann niemanden retten, mich kann auch niemand retten und ja, ich bin halt der Meinung, es gibt für alles einen Sinn, auch rückblickend, mein Leben, es hat alles einen Sinn, es gibt für alles einen Grund und das ist halt so meine spirituelle Ansicht des Lebens, aber dazu mache ich dann später mal noch eine andere Folge und was mir auch gerade noch einfällt, ich hatte vor einem Jahr oder so eine astrologische Beratung und das war auch super krass, weil sie hat mir dann wie mein Leben noch auf eine andere Art oder aus einer anderen Perspektive erklärt und sie hat, also ich habe mir das mein Leben so vorgestellt, das war so ein Puzzle mit sehr vielen fehlenden Teilen und sie hat wie die sehr viele Teile ergänzt in meinem Lebenspuzzle, die ich so aktuell gar nicht wissen konnte, also sie hat mir auch Qualitäten aus anderen Leben aufgezeigt oder warum ich in dieser Familie geboren bin oder was so meine Themen sind aufgrund dieser ganzen Verstrickungen und das war super, super spannend, also das kann ich auch immer nur empfehlen, ich habe da bei der Inspirationstüte eine Folge mit ihr, mit Romy, das ist die Astrologin aus der Schweiz, also das war auch, das war auch super spannend und so sehen wir halt einfach immer wieder, dass es so viele Perspektiven gibt auf uns, auf unser Leben und ja, das steht uns ja alles zur Verfügung, also dürfen wir es auch nutzen. Ja, also das war so mein grober Weg, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen einen Einblick geben, vielleicht siehst du da die eine oder andere Parallele, erkennst dich wieder und ja, du siehst, dass es sehr viele Steine aus dem Weg zu räumen gab und immer noch gibt und ach, meine Reisen, die haben sehr viel mit mir gemacht und ich hatte auch letztes Jahr so ein Weibigkeitsprogramm, auch von der Julia, das heißt Erwecke die Göttin in ihr gemacht und da kam auch wieder super, super viel hoch und ich habe mich das erste Mal mit mir und meinem Körper auseinandergesetzt, mit meiner Gebärmutter, einfach mit mir, weil ich bin viel mehr als nur der Körper, den du siehst und genau so bist du viel mehr, wir sind alle viel mehr und dazu können wir, wir können zu allem Zugang wieder kriegen, den wir früher hatten, aber der uns wie abtrainiert wurde und da kommen Glaubenssätze hoch und tiefe Themen, Urängste, also das ist wirklich ein sehr spannender Weg und das habe ich auch jetzt wieder gesehen, ich war ja im Januar auf Sansibar, also ich war für zwei Monate da und ganz am Anfang wurde ich auf der Strasse von einem mit einer Machete angegriffen und der hat mir dann alles genommen, also meine ganzen Wertsachen und mein Handy und ich stand da und das war eine super krasse Zeit, weil es auch hier, es ging nicht um eigentlich den Typen, der vor mir stand, sondern es hat super viele tiefe Themen getriggert und sehr viel Arbeit wieder, ja es war sehr viel Arbeit und ist immer noch Arbeit für mich, aber es hat auch sehr viel Heilung gegeben und sehr viele Erkenntnisse gezeigt und sehr viele Themen wieder aufgezeigt, wo ich wieder hinschauen darf, wo ich noch mehr in die Tiefe gehen darf, und so ist das Leben, deshalb sind wir hier. Ich bin halt der Meinung, dass wir als Seele auf diesem Planeten jetzt inkarniert sind, um eine Erfahrung im menschlichen Körper zu machen und jeder seine ganz eigenen Erfahrungen natürlich, aber trotzdem sind wir alle verbunden und zusammen. Ja. Ja, das war mein Weg für dich. Ich zittere immer noch. Von Herz zu Herz und Aho. Namaste. Bis zur nächsten Folge. Danke, dass du dir das angehört hast. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.